Sooo, und Level 3 von Episode 2. Hä? Lol. Schade. Außer Schaden bringt das Ganze nichts. Aber trotzdem wird's nicht gemacht, also kann man ja mal... ...zumachen. Okay. Genau das. Ab der Falle. ...zumachen. Ja komm! Jawoll, genau das! Oh, Alter! Oh, my God! Das ist ja hier wie beim Klaffentreffen, ey. Gut, ein paar Raketen haben wir auch. Gut, Schroßflanz-Motion haben wir auch. Also hier schon wieder viel betrifft es. Oh! 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 Propف洲 2 Soll ich... Ich habe einen раздел der Ausrüstung. Den함 mich darüber nach dem Rad�� возможность bei die Schnappern. Abschneiden sind die Schnappern. Was ist das? Was ist das? So, gucken wir mal, was das hier ist. Was? Ist ja gar nichts. Das ist definitiv, was sind da. Könnt ihr mir doch nicht erzählen. Lass mal das. Lass mal. Komm ich da irgendwo wahrscheinlich? Na gut, hätte ich erstmal alles offen. Das war dumm. Ich geh jetzt mal raus. Ist mir hier alles zu heikel. Klappe. Gut, okay. Hätten wir den bereits schon mal abgeschlossen. Jetzt kommt die andere Seite ran. Gut. Wow. Hier ist noch... Ne, brauchen wir eine blaue Karte. Hä? Jetzt bin ich raus. Wo müssen wir denn dann hin? Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ja. Macht doch Sinn. Nur wie zum Teufel kommen wir hier weiter. Ja. 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 Das ist noch alles weiß. Ne. Doch. Die Wand hier ist weiß. Aha, na war doch klar. Immer diese Illegalität hier. Gut, jetzt haben wir die blaue Karte. Jetzt kommen wir also in die blaue Tür rein. Das war's ja mal wieder. Erstmal durch hinsetzen. Oh Gott. Ah. Ja. Operation Presse. Und bevor jemand fragt, ja den Pinky zu meiner rechten habe ich gesehen. Bzw. Eigentlich ist das ja wieder ein Spektrum. Arschloch. Aha. Das sieht irgendwie so aus, als wenn es Gold wäre da. Eine Golden Key. Gibt's ja bei Hexen glaube, da hat man ja keine roten, blauen Schlüssel, sondern also keine Karten. Da hat man richtig geschlüsselt. Und es wird dann auch Grün, Silber, Gold. Und was das Herz hat gerade verlangt. Und ja. Oha. Ja. Oh Mann, Alter. Ja. 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 Da oben. Diese Spektrömer. Da oben. Ich verstehe. Alter, wieso? Ich dachte, ich bin transparent. Wow. Ich bin transparent. Das war's für heute. Leute, ich stehe doch mal nicht so rum hier. Still. Ah, das ist wieder. Geht doch, alle drei hat sich gerne mitgebracht, so muss das laufen. Hä, hier war doch gerade ein Shotgun oder sowas, ich habe doch gerade gehört. Das sind die Leute, die haben immer aus dem Hintergrund überraschend. Dann sind wir auch ein ganz schönes Munitionsdefizit hier. Alter. So. Oh. Ja, ist doch gut jetzt. Ach komm doch. Jeder Rückstoß, Alter, das ist so... Oder? Oder? Oh! Geh! Alter, erst auf jetzt. Und wer teleportiert sich, dann fällst ich wieder rein. Pinky. Ich korrigiere, 50. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, nein, nein. Oh, Mann. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein, 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 nein. Gott, ich hätte gar nicht die Pfaffen gemacht. Ich meine, gut, eigentlich haben wir da schon eine. Hier sind so viele fucking Sequels, aber ich komme an kein einziges, aber man kommt an kein einziges dran. Achso, na gut, da muss ich also rüberrennen. Okay, das macht noch Sinn. Brauche ich aber irgendwo eine Einzug. Kann ich ein? Keine Ahnung, ist auch egal. Gut, das macht noch Sinn soweit. Aber hier zum Beispiel, hier hört man was, aber man sieht nichts. Na. Willst du, Mann? Bin nicht kreativ So Kreativität Overnight 1000 Gut Boah, will ich mal sagen, was ist jetzt mal? Kutschen! Okidoki, genau Alter Gott, so schwer hat ich Fried und Gleiche in Erinnerung Aber gut, das war schon die zweite Episode Natürlich schon gehört es was grobner Die erste Episode ist immer ein bisschen leichter Gut, wir haben es mal so oben Schau, gut vao Schau, gut vao